Oh 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 Mann, das Licht anknipsen! Ah! Unmöglich! All right! Ah! He doesn't! Hibah! Ugh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, jetzt sauge dich schon hier da oben. Da war der Steuergerät. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Da war die Türe. Komm schon, 30 Meter steht da. Scheiße, denen sind vier. Ich hab Bock jetzt drauf. Aber bleiben wir erstmal oben. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Verdammt. Keinen Moment zufrieden. Ist dein Schatz. Ade. Ade. Niemann, Gary. Das geht so weit. Sorry. Momentan. Lass lieber auf dich selbst auf. So, ich dir. Kann mein Schwert kaum schwingen. Nee, du triffst nicht. Oh nein. Hat ich vielleicht einen Durst? Ich bin anfangs. Da liegt was jetzt. Da ist gerade raus. Dahintre, dahintre. Da, da runter, wenn die krutschen, dann bin ich, dann bin ich wieder wampfen. Ich hab's. Da, 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 da. Hat, hab ich ja auch so was geblinkt und dann nur noch so ein runterkringel? Was? Verstehe Sie, Mann. Was? Was? Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Scheißdreck. Ich bin um 10, gehen wir jetzt runter. Jetzt hab ich richtige Ebene, wenn da jetzt schon so ein Kringel kommt, wie beim, so ein Kringel kommt, wie beim, äh, bei Frau Roche, richtig, so ein Kringel kommt, wie beim, äh, Jagdscheiße. Schon, so ein Kringel, war halt so ein Kreis. Wo bist du, wo bist du? Hier vielleicht. Dann muss ich vielleicht da hin. Was liegt da? Wie leute das? Das ist der Tür. Aufwache. Das ist ein Leiter. Da drüben kommt man bestimmt irgendwie hin. Wüssten wir nur... Schade. Das ist zu weit. Zwecklos. Wo bin ich jetzt? Ich bin nicht weit weg. Da muss ich da rein. Was ist da oder da? Ich geh mal da hin. Da ist er Leiter. Hoch. Hoch, 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 hoch. Das ist er Leiter, 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 Leiter. Eine Leiter, eine Leiter, eine Leiter, eine Leiter. Da bringe ich dann wieder. Ganz draußen. Das ist besser. Das war halb so schlimm. Oh. Bin ich am Anfang. Da wollte ich gar nicht hin. Soll ich jetzt nicht wieder zurückkommen? Scheiße. Jetzt wieder anfangen. Ich fordere schon mal den Scheiß-Scheinwerfer. Huh, gazzack. Das ist nie leid, ist der Anfang. Was liegt da? Hier in der Exil. Schlichter runterrutschen, darunter voll, der BV-Runde krutscht. Da bin ich am Anfang. Hey, komm. Also jetzt ist es bloß auch. Das heißt hier. Ich bin noch schlimm, ich bin noch schon noch auf dem Kringel. Ich kann dir, dass da drüben ist es. Das ist da drüben ist es. Ich komme hier nicht hoch durch, ich stehe es mal. oh was auf der richtigen etage verdammte scheiße ist doch nur ein paar meter vor mir den scheiß wie komme ich jetzt darüber ging nicht hoch steht drinnen da ist hier richtig es ist los sie aber eher dass sie doch dahin von der scheiße ich bin auf der richtigen getausch und wenn ich gekommen wenn ich der kringel da da geht es dann geht ihr denn noch Was ist das? und so dann dann gehen ja, war ein Cut eigentlich, also Ich hab keinen Bock mehr, ich hab echt keinen Bock mehr. Ja, laufen wir halt nochmal rein. Ja, hier ist meine Luka vorhin. Hier ist meine Luka. Ja, ich bin doch mal in der Ruhe, verdammte Scheiße, irgendwie. Was ist denn, die Wichser sind solche Hurenzöne? Warum kommen die nicht mit, die Wichsköpfe hier vor Wichsten? Mann 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 Mann, Alter! Seht mal da ist wieder seitens mal. Ich komme jetzt weiter. Ich gehe jetzt noch mal in eine neue scheiß Tür auf. das ist doch weiter einfach stehende hochstehende leiter ohne zack nein die misst über uns die ganzen scheißkampf alleine machen will sich gegen sieben acht neunzehn so wie wichser werden wenn man zu den scheißkommodex so wie wichsköpfe und recht entschuldige wandschmeißen da kommen die wenige hundzöne verbixten 80 jahre später und du darfst da du darfst da auf dem marathon warum schnaufst du wie so ein segel na nein überhaupt nicht dann ist da nicht der halbe segel geht alles die scheiß tiehoff ja auch nicht ja was habe ich jetzt da das scheißsteuergerät nächstes video gucken ging doch wieder nicht ging doch wieder aufklagen aber ja kippen jetzt bei feiner und weiße was ich hier spiele auf Mapeme ó union 000 ö 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 o ö Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Jetzt. Da. 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 ist das ein rotz es ist das ein rotz Untertitelung. BR 2018 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 Schlimmlich, schützlich. Untertitelung. BR 2018 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 Hm. Ja, das ist der. Das ist der vorletzte. Ja, das ist der hier drauf. 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 Ja, das ist der hier auf's. Ja, das ist der hier drauf. Ja, das ist der hier drauf. Das ist zu hoch. Tja, bleibt nur der Vorwärtsgang. Und äh, in welche Richtung? Das müssen sie sein. Vermutlich zurück zu Sydney. Hoffentlich freut Sydney sich. Das wird entspannend. So, was ist schon das? In der jetzigen Lage eher unwahrscheinlich. Das Imperium kontrolliert alles. Ja, und der Kristall ist aufwärts. Wenn alles vorbei ist, kannst du Sydney ja nach ins Somme herbringen. Locked. Ptsch. Das ist eine gute Idee. Schon der Ruscheltreie wieder geordnet. Lick mich doch mal raus. Was mir so wischt. Ne, ist immer nix. Immer noch 145. Das ist der Teil, ja. Da sind die Brüche nicht oben. Die drei Stück. Egal. Das ist der Teil. Es stimmt was ganz wichtiges. Ist ein Versuch wert, Not. Össer! Komm ich jetzt noch mal raus? Scheiße, scheiße, scheiße. Wo bin ich? Da fahre aber um, denn leider, ich müsste widersprechen, was ist das denn? Da ist das, da ist das. Stimmt. Oh, 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 oh. Oh, ich steppe jetzt so zu schrecken. Oh, wo die alte Bosse waren? Ich gehe mal mit mir leider. Da war die Bosse und da haben wir leider. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oben. Die war doch vorher irgendwo, wo Buschels Viecher kam. Da muss ich jetzt erst hier oben ducken. Also so Geräte hast du ja er auch bedient. Ja so Gerätekrotze fix. Schiff. Jaa. Was hier scheiß Ausgang kommt davor, die scheiß Leider, die riesen Leider zer. Jaa. Bisse da wo man so Rohre hupfen kann, in den Tunnels auch gewesen. Jaa. Ein, 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 der Tunnel ist fliege. RP startet jetzt. Jaa hier mein neuer scheiß RP. Okay. Jetzt können wir jetzt da nochmal rauskommen. Die scheiß Leider waren. Wo die scheiß Viecher waren für an der Scheiße. Energiequelle, Energiequelle, das ist auch net. Kommen Sie doch einer jetzt morgen. Okay. Beschissen geht eigentlich fast immer. Au. Wenn man sich den ganzen Tag drüber aufregt, das nützt auch nix. Da ist es ja verschuldet. Wir fressen ja auch noch wenig. Ich kam wieder mal zu den Nachrichten, Alter. Wo die meisten halt nichts verreckt werden, weil sie fünf Tage nur Fast Food gefressen haben. Ich dachte halt, lecker. Wir haben sauber so scheiße Gehirn, halt wie wir. Ja. Wir machen es doch täglich. Flennen deswegen auch net. Aber... Joa, das sagt unsere Werte, was wir auch net wissen. Die sind ja alle undodisch. Ja, ich lausche jetzt mal da rüber. Gott sei, fix. Warum wir müde sind und bla bla. Aber das ist was bei vielen Leuten. Und auch von mir alleine die Beste ist, wenn sie sagen wir mal, wir sind jetzt ausgehungen, äh, fressen, schwenken, Vitamine fressen, viel gechillt ist und ja. Dann ist halt so, dass Fast Food aggressiv macht. Ist mir auch schnuppert, schmeckt an der Arschlänge. Ja, so 90% zonnt aus, wenn er das Profi kocht. Es schmeckt net. Also, fertig. Und ich knappe da und dann nix rum, was net schmeckt. Jetzt koch der Haas gelb und fertig. Jetzt bin ja, wie hat der Ausgang net. Ja, muss ich jetzt net wegen dem Scheiß, äh, Suchscheiß drick das Video laufen lassen, Sondern, wo der Scheiß Ausgang ist. Bin jetzt net eingegangen. Ich bin doch so deppert. Vorher bin ich dreimal diese verfickte. Und so wieder gesperrt werden, die den auftackelt. Dachte jetzt, äh, wie dachte ich wärmer, äh, Ende, da war ich wieder am Anfang. Jetzt, da geht der Schwiebel, der Scheiß Rohr. Pfff, alter, du wirst da noch behindert, ey. In dem Scheiß ohne wahrscheinlich noch deppert. Wenn ich da so lief im Raum der Scheiße, dich nicht zu dem Auto bewegen kannst, ne, das ist sowas von. Ah, da ist er doch, oh du. Nein. Das ist nicht. Kann mich doch her, oder? Ey. Ich glaube, ich bin wieder da, wo ich schon mal den Scheiß gefunden habe. Da wollte ich aber nicht nachdecklen. Ey. Wie oft soll ich eigentlich noch hier zu den Scheiß Matsch? Ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin gleich. Vielen Dank.